Der Highwood Stabelsmied, 49. Verborgene Schönheit, ist demnächst auf dem Spartensender ZDF-ENFO zu sehen. Richtig gelesen, der eher unbekannte Infokanal sicherte sich die Rechte an der neuen Nationalgeographic-Produktion Wünstrange Rock und wurde die Reihe als deutsche Free-TV-Premiere ab Januar 2019 ausstrahlen. Dies teilte der Sender selbst mit. Will Smith tritt in der aufwendigen Dokuserie als Präsenter und Moderator auf. Die zenteilige Reihe erzählt die Geschichte unserer Erde und erklärt, was den blauen Planeten so besonders macht. Die Dreharbeiten führte das Team insgesamt in 45 Länder auf sechs Kontinente. Sogar im Weltall wurde gedreht. ZDF-ENFO-Chef Robert Bachem sagte zu dem Deal, das ist Wissensfernsehen der Extraklasse, informativ, unterhaltsam, sehenswert.